hallo willkommen bei der diana p5 ja eine diana ist es nicht wirklich ist jedoch diana action action heißt bei diana oder deutet bei diana bei gsg darauf hin dass sie also auswärts gebaut wird und zwar ist das eine snow peak sp 500 müssen wir mal bei youtube gucken bevor ich euch die kleine waffe hier vorstelle sie ist recht zierlich zeige ich euch noch mal neue entwicklungen von dpu so ganz kurz so die testscheibe streukreisscheibe habe ich schon mal vorgestellt mit den möglichkeiten also distanz anschlag schussanzahl und so weiter hier einzutragen das hat der olja auch zusammenhang mit bpu entwickelt dann hat er entwickelt neue streukreisscheiben stehen auch zum download bereit ich habe hier schatten das doof ja die sonne ist jetzt montag gegen halb zwei oder so was nach lange rede kurzer sind auf jeden fall hat die entwickelt auch gut gemacht streukreisscheiben stehen zum download bereit bei uns im download bereich bei bpu dann noch mal benchrest da stehe ich ja so drauf eine benchrest scheiben das sind zehn millimeter glaube ich hier acht bis zwölf millimeter story also dürfen dass die 18 12 menschen schreiben kann man auch alles hier eintragen und abheften und so weiter so unsere alte streukreisscheibe kennt ihr ja auch von olja hergestellt also 57 18 millimeter dann hier münzen auch nicht gemacht und das ist jetzt eine neue entwicklung die ist halbwegs transparent also ich finde dass sie ein bisschen transparenter sein sollte da kann man also auch dann ja wie das ausdrücken die ränder genau sehen wenn man hier bei der 17 mal schaut oder hier war es mal so bei zwei cent dass man auch die ränder sieht man also das ist jetzt zum beispiel hier wohlwollend 1 cent also so hat transparent auch nicht gemacht wo ich euch mal gezeigt haben wenn ihr den olja im forum nett bittet macht ihr euch bestimmt so ein ding fertig so kommen wir zur jana p5 hier ist er habe ich auch vom olja bekommen ich hatte eben die nemesis über die nemesis zur reparatur gegeben weil die ja abgeblasen ist laufend und leck war und er hatte wenig zeit und ist mit dem ding auch noch beschäftigt und sagte du pass auf norbert im gegenzug kaufe ich dir die diana p5 die habe ich auch letzte tage zugeschickt bekommen und auch schon ganz eifrig getestet ich zeige es dir erst einmal hier ist also wirklich kleines pistölchen ich hatte mal diese blow ich weiß aber nicht mehr genau wie die heißt mal vom hops in zum test bekommen leider geschrottet wie ich das immer so hinkriege das war auch so ein kleines pistölchen allerdings ein bisschen ja hatte nicht so langen lauf also das dazu ja haben eine zoom funktion geht ja wahrscheinlich hier wieder nicht warum auch immer halte ich ein bisschen näher dran also wie schon gesagt ja lieber 177 jana p5 muss so ein art dem ist produkt sein das ist hier ein polymerschaft und das ist hier dass die waffe ist im dualton nennt sich das sind schade das gsg und auf diesen dualton hinweist ist auch ein verkaufsargument und das ist mir irgendwie entweder weicheres plastik oder gummiert kann ich jetzt nicht so identifizieren also dass das weiß ich nicht ganz genau und kimmel ist einstellbar höhenverstellbar ich habe keine probleme der jens und der sandmann der jens auf seinem youtube kanal und er channel der probleme der das ding hier runter gestellt bis zum anschlag und hat immer nur hochschüsse zu den hochschüssen sage ich jetzt gleich was kann man also ausmerzen also bei mir funktioniert jetzt einwandfrei man muss sich auch wenn man eine waffe also testet auch ein bisschen damit beschäftigen bisschen länger damit beschäftigen so dass dazu zum abzug kommen auch gleich noch mal jetzt zeige ich euch mal wie ich die waffe halte ich rück mal ein bisschen zurück man muss die hall die waffe ganz einfach sehr stabil halten weil das griffstück hier ist also sehr sehr schmal genauso ähnlich wie bei der chaser man kann sie also nicht richtig packen hier vorne der abzugs bügel ist also quasi es ist ja rund ich mag ja wenn sie eckig sind so runter und dann nach hinten wie bei den walter kurz waffen ist hier nicht der fall ich halte mich gerne ich stabilisiere die waffe immer gerne hier vorne mit dem zeigefinger wohlgemerkt ich bin linkshänder also müsst euch alles andersrum denken jedenfalls ist es so dass es hier bei dieser waffe nicht möglich ist über einen abzugs bügel die waffe zu stabilisieren zumindest nicht für mich heißt also ich zeige euch mal wie ich es im anschlag halte diesen zeigefinger halte ich hier seitlich der waffe und hier diesen diese waffe also den griff halte ich ganz fest stabilisiere die waffe so und dieser finger also ich drücke quasi mit der hand hier mit der hand gegen diesen finger und somit kriegt die waffe stabilisiert ja also auch sehr gut was dann hinzu kommt der abzug ist also dahingehend also zum spannen noch mal ich sag's gleich noch mal was zum abzug spannt durch die waffe hier mit drei fingern also beim vierten finger da kommt man auf die aufs korn das ist spitz das tut weh also drei finger kann man also auch gut spannen im übrigen karl verschluss sehr enger lauf so lange rede kurzer sinn wieder zurück so waffe ist entsichert sicherung ist hier unten im züngel hinterher hier so gesichert entsichert so noch mal ich halte die waffe so ja und stabilisiere hier die mit dem finger und umgreife das griffstück also ganz schön fest ja und somit kriege ich eine stabile lage der waffe hin und treffe auch recht gut und somit bekomme ich auch keine hochschüsse hochschüsse werden auch noch generiert wenn man den abzug hier also durchreißt also nach hinten quasi so an ab am druckpunkt die überfahrten druckpunkt an druckpunkt kommt und dann ja das ist nicht so gut bei der waffe dadurch er generiert die hochschüsse warum auch immer ich mache so ist jetzt im video schlecht zu erkennen ich betätige den abzug immer mit dem ersten fingergelenk und kommen hier an den druckpunkt und dann kommen das kann man jetzt im video wahrscheinlich sehen ungefähr ein zwei mü krieg weg versuch's mal man kann das hier oben an einer sicherungs ding sehen ein sicherungs kreis sehen dass ich da das ding bewege also wie schon gesagt es kommt leichter krieg weg der geht bis kurz vor auslöse punkt ist also minimal so wenn man das im gefühl hat wenn man diesen krieg weg ausnutzt und ungefähr weiß wurde auslöse punkt ist schießt die waffe auch nicht mehr hoch das muss gleich dazu sagen so das ist ganz wichtig zu wissen bei der waffe weil die wenn man den abzug durchreißt immer da kann man die waffe noch so festhalten immer hochschlüsse generiert ja zur waffe selber also visierung ist einstellbar höhen verstellbar seiten verstellbar wenn man die verstellt hat die klima immer ein bisschen drauf mal danach zweimal drauf drücken das wieder unterstützt da stellt sich das erst richtig ein so seriennummer ich halte das mal ein bisschen so in die sonne seriennummer also die schön zierlich also mir gefällt es ist das wird mal so ein ehrliches kult objekt wie die weplay tempest glaube ich also schießt auch recht präzise kann ich euch gleich mal zeigen im nächsten video ich mache immer ein erde zwei drei videos zu einer waffe da musst du mal darauf achten bei mir auf dem channel habe ich geschossen mit den kamera diasorten probiert aber die schießt also bin ich viele tage trophy green am präzisesten momentan kommen noch einige andere diasorten hinzu was also ich kann das mal kurz zeigen und das war jetzt verkehrt ich muss mal kurz schauen so damit habe ich angefangen mit solchen ergebnissen das war dann wegen meiner 15 schuss 34 ging also aus außerhalb des schwarzen kreis innenkreises hier der rest ging also hier verteilt und das endergebnis ist jetzt von gestern da habe ich nur auf den punkt geschossen da habe ich wieder hochschüsse generiert so ein bisschen schluffig gewesen ich aufgepasst und dann habe ich wieder geschossen und zwar hier mit den vier tage trophy green mit denen habe ich geschossen dann gingen sie mir ein bisschen zu hoch ja und dann habe ich eine umdrehung ein bis anderthalb umdrehung die kümmer runter gedreht und dann gingen sie mir unten hier rein also man kriegt sie schon fast loch in loch das ist also möglich dann habe ich geschossen mit den mosquito gestern abend noch mal ein paar schüsschen die gingen hier also erst hier unten da muss sich der lauf erst an die mosquitos gewöhnen und habe ich hier zehn schuss reingesammelt mit dem mosquito in ein loch also gehen ein bisschen tiefer mit 0,48 gramm und dann habe ich geschossen noch mal probehalber mit den h und n match green in auch 0,36 gramm haben die glaube ich mal schauen können wir noch sehen 0,34 gramm sorry und die sind dann ein bisschen höher gegangen als die h und n viel tage trophy green haben wir so 20 schuss mal eingesammelt also die geht schon präzise man muss sich also an die waffe ein bisschen gewöhnen und dann klappt das also wirklich auch gut mit loch und loch schüssen das alles auf zehn meter zehn meter so kommen kurz zum abzugs gestänge also wie schon gesagt wir hier mit drei fingern spannen geht auch ganz bequem also hier der lauf wenn ich den also gegen den body verschränke wackelt nichts also minimales minimal also wenn ich es wirklich zu mache dann wackelt gar nichts also das ist schon in ordnung also lauf gegen body da wackelt nichts und hier also eine leichte verschränkung also hier wackelt das das mag dem spannengestänge geschuldet sein das spannengestänge ist also äußerst stabil vor der kamera ist das kokolores also es hat keinerlei spiel also da ist kein spiel vorhanden das ist alles schön straff also wie es sein muss also absolut super doch muss ich sagen ja ich mache jetzt mal eine diablo rein weil ich will nicht laufend leer abschießen schau dir mal den kugelfang hier rechts genau wenn man also bei bestimmten dia sorten ist es so dass man das diablo stopfen muss bei den vier tage trophy ist es unterschiedlich man muss man stopfen mal kann man sie auch so in das ja in den lauf so rein drücken aber hier geht es nicht also ein bisschen mit dem fingernagel nach arbeiten so und dann ihr erstes finger gelenk und dann langsam kommen lassen seht ihr das an der sicherung also der kriechweg ist recht gering nicht der vorzugsweg ist klar aber der kriechweg über den druckpunkt bis zum auslöse punkt ist maximal gering so kommen wir jetzt mal zum abzug selber sandmann hatte also schon testbericht über die aus unserem forum ein user hatte das schon ein testbericht gemacht hat hier auch ein loch entdeckt hier vorne im abzugsbügel nach im abzugszügel hier vorne da ist aber keine schraube drin da ist nur da ist nur so ein hohl splint drin so und hier oben im abzugsbügel ist auch ein loch habe ich mir gedacht das könnte ja was bedeuten und genau hinterm zügel hier ist auch ein loch sage ich euch gleich ein bisschen genauer kann man das so sehen hier wo die spitze ist schrauben sie ist es auch ein loch so jetzt ist es so auch in diesem loch existiert also keine schraube oder ein gewinde und so weiter und jetzt muss ich mal kurz suchen diese abzug dieser abzug drückt hier unten dies kann man per kamera glaube ich gar nicht richtig zeigen diese abzug drückt hier unten auf so eine kleine auslöse platte ja und die wird nach unten gedrückt durch den abzug und dadurch wieder schuss ausgelöst das demonstriere ich euch jetzt mal ich spann mal die waffe wieder so und jetzt ist entsichert stecke ich hier oben durch das loch im abzugsbügel und durch das loch hier unten im zügel klein im bus so dieser im bus drückt quasi auf die auf die auslöse platte auf die normalerweise der abzug dann drückt also ist so heißt ich kann also mit dem im bus auch den schuss auslösen indem ich einfach runter drücke so zack habt ihr gesehen so dieses loch also die idee ist mir gekommen dieses loch in dieses loch des abzuges könnte man eventuell so eine spack schraube oder so eine kleine spack schraube eindrehen und so weit runter drehen dass sie quasi unten auf diese auslöse platte die ich gerade ausgelöst habe hier mit dem im bus dass ich quasi diese spack schraube so weit runter drehe und damit auch den krieg weg des des abzuges also den krieg weg zwischen druckpunkt und auslöse punkt durch das einschrauben dieser schraube noch weiter verkürzen kann heißt also es könnte möglich sein dass nach dem druckpunkt der waffe dann nur noch ja wie soll ich mal sagen nur noch ein windlüftchen genügt um den abzug auszulösen das werde ich aber mal im nächsten video oder übernächsten video schauen ob das so machbar ist das ist so mal so ein kleines geheimnis dieser waffe picantini schiene 11 mm picantini schiene ist vorhanden kann man also ein red dot für die muschis oder für die leute die blind sind also die können sich dann so zf drauf machen oder ein red dot oder so also ja meine augenleistung hat auch schon schwerst nachgelassen muss auch schon mal da überlegen mit optiken zu arbeiten ja das sieht mir sehr aus das korn nach einer art themis geschichte ob da jetzt ja dings in charlie dran montiert werden kann inwieweit weiß ich nicht die vorne sich also will ich irgendwie gewinde oder so die guss nähte sind also auch brauchbar also tut nichts weh auch am abzug nicht also wenn man abzug betätigt also ein bisschen an sind linien drin so ich glaube der abzug ist aus metall also den eindruck habe ich ich dachte erst dass das der gleiche oder ähnlich abzüge der dit der diana improve trigger ist aber ist leider nicht aber ich muss wirklich sagen ich komme mit diesen abzugsverhalten gut klar weil wenn der druckpunkt ein bisschen schwer geht dann stabilisiert man durch durch der durch wie soll ich mal sagen durch die betätigung des abzuges die waffe selber noch mal also man ich bin jetzt am druckpunkt dran der ist ein bisschen schwer ich habe mich so eine abzugswaage vielleicht macht das mal jemand anders lange rede kurzer sinn auf jeden fall sieht man die waffe so stabilisiert man die waffe indem man einfach am abzug ein bisschen zieht also nicht schlecht also wie schon gesagt die waffe ist wirklich händsam die ist also noch klein also nicht wieso so ein brocken wie mercury oder die fire hornet von hemmerly oder was weiß ich das ist wirklich handlich so kommen wir mal zum ersten chroni test so ich hoffe ihr könnt sehen geladen ist die waffen mit den h&n viel tage tofi green in 0,36 kann man auch hier sehen 0,36 weil ich damit im teil die besten präzisions ergebnis habe dass ich die auch mit so dann wollen wir mal es kommt ein bisschen drauf an inwieweit die kugeln gestopft werden müssen wenn sie leicht rein geht ist die juhlzahl etwas höher wenn sie gestopft werden müssen ein bisschen niedriger so erster schuss 3,4 könnte sehen ich weiß es nicht ich kann nicht so mit dem blöden handy hier 3,4 jetzt ein bisschen näher ran nächster schuss also mit den jb exakt express in 0,51 ging sie auch auf 3,5 und nachdem ich den lauf gereinigt habe nach 100 schuss unbedingt den lauf reinigen ist wichtig wirklich ganz wichtig macht es nur noch 3,1 joule aber dafür war sie dann hier mit den vier tage trophy ein bisschen besser dabei so nächster schuss 3,3 doch die geht manchmal bis 3,9 hoch der ließ sich ein bisschen schneller rein stopfen mal sehen wie es aussieht 3,5 seht da dieser viele tage trophy green diablo ja gegen wunderbar 140 meter sekunden dann ging wunderbar rein und sagt die juhlzahl auch hoch wie es gerade schon gesagt habe auch 3,5 ja belassen wir es mal dabei so jetzt noch ein zwei schüsschen mit den moskito 0,48 habe ich eingestellt könnt ihr sehen gestern gegen die leistung also mit den moskitos ziemlich in den keller also also ich habe viele diablo sorten ausprobiert keine ging unter drei juhl plus die moskito die wollten nicht erster schuss muskito 3,5 refresh mal kurz mal 48 stimmt wort also kaum schwankungen in der leistung bei verschiedenen dia sorten muss ich sagen 3,2 war gestern abend schlechter die verändert immer noch ihr leistungsvermögen ist ja im langzeit test je werde geschossen wird desto stabiler wird das dann 3,4 sogar kommen noch einmal immer anbieten also für 10 meter reicht die waffe vollkommen aus so letzter schuss mosquito 3,1 sowie das sollte erst mal gewesen sein mal ein kurzer überblick ein vorstellungsvideo kleines analyse video zu der p5 also hier macht die waffe richtig spaß ich brauche keine waffe eine pistole die was weiß ich fünf oder sieben oder acht juhl geht bei der waffe muss ich sagen geht es mir auch ein bisschen um die präzision sie ist recht leicht sie locht große hunderfutter dosen jetzt habe ich die hunderfutter dose drin gelassen ist egal also sie locht diese hunderfutter dosen mit den rws hypermax zinn einwandig und ebenfalls mit den orange stinger skanko orange stinger auf zehn meter einwandig die h und n hornet funktionieren in ihr nicht die sind ihr wahrscheinlich zu schwer das mal dazu aber das kann ich ja nächstes mal beim schießtest oder schusstest präzisions test trickstest euch mal auch zeigen ja das soll es gewesen sein nochmal zu den scheiben wpu bitte anmelden heute mache ich mal keine werbung schaut mal bei kurt24 auf die seite unser testwaffenlieferant der freut sich auch das soll es gewesen sein 23 minuten 30 dankeschön fürs zuschauen und ich brauche mir jetzt eine dann eine erfolgreiche woche wünsche ich euch und bis dann tschüss und bis dann